So, da sind wir wieder. Und wir gucken mal, wie lang wir das aushalten. Denn ich habe gesehen, ich bin sehr viele Listen durchgegangen auf Steam. Es gibt nicht sonderlich viele gute Weihnachtsspiele. Also kurze Sachen. Es gibt halt nur diese ganzen Wimmelbildspiele. Und ob die gut sind, darüber lässt sich jetzt auch streiten. Das ist unser zweites Spiel für heute. Wintermosaik, die Eiskönigin. Ich glaube, ich verliere jetzt schon IQ-Punkte wieder. So, seid ihr bereit? Aber hallo. Mal gucken, wie lang wir das aushalten. Schöne Zeichnung haben wir ja manchmal, ne? Okay, Text gibt es nicht. Brauchen wir nicht. Okay. Ich dekoriere noch den Baum zu Ende. Oh nein, es ist runtergefallen und kaputt. Okay. Werden wir ein Held? Wahrscheinlich nicht. Willst du mit mir eine Kugel fixen? Ei. Ei, ei, ei. Oh Gott, ey. Ist auch sowas für Dreijährige einfach, ne? Ich habe gesagt, es gibt eine super Mischung heute an Spielen. Das ist jetzt nicht das beste Spiel wahrscheinlich. Setz das Bild zusammen, schließ das Level fehlerlos ab, vollende den Level in 1,40. Okay, Ballerhaltmusik. Der Moment, wo der Verstand sagt, ich bin raus. Okay, okay, muss ich machen. Das Bild vor dir ist zerfallen. Du musst das Bild wieder herstellen. Du erhältst bis zu drei Schlüssel für jeden abgeschlossenen Level. Sammle Schlüssel zum Öffnen der nächsten Welten. Ey, aber sie schreiben Öffnen wenigstens groß. Sehr gut. Im Fortsetzten klicken. Deinen ersten Schlüssel bekommst du für den Abschluss eines Levels. Ja, das haben wir doch gerade gelesen. Deinen zweiten Schlüssel erhältst du für den fehlerlosen Abschluss eines Levels. Ja, das haben wir doch gerade gelesen. Deinen dritten Schlüssel bekommst du für den Abschluss eines Levels. In der vorgegebenen Zeit. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Nimm das Teil vom Band und lege es aufs Feld. Okay, gedrückt halten. Wir sind Profi. So Profi, dass ich schon alles umhau. Eine Sekunde. Das kriegt keiner unterboten. Hoffe ich. Kein einziger Fehler. War knapp, ne? Ja, nun. Was tue ich uns hier eigentlich an? Ein Klick auf Tipp verrätet die richtige Stelle. Ja, ich glaube, das schaffe ich schon. Glaube ich. Anleitung überspringen? Nein. Jetzt mit dem Tipp. Mit Münzen kannst du die Tipps sofort wieder auffüllen. Klingt so ein bisschen nach einem Handy-Game, ne? Ich möchte mal mit den Münzen nicht. Nein. Fick dich. Ich habe ja auch selber. Wo muss ich das denn? Ich habe ja auch selber, sagt sie. Äh. 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 Okay, ich bin direkt schon zu dumm. Okay. Ja, gut. Ach, das ist das da oben. Oh mein Gott, ey. Es fängt ja richtig gut an. Äh. 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 Ja, fehlerfrei war das schon mal nicht. Äh. 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 Ich weiß, wie das geht. Das ist voll einfach. Oh, das sind jetzt andere. Das ist ja gar nicht immer dasselbe. Das kann man ja gar nicht üben. Schweine. Reis. Habe ich 25 Sekunden gebraucht? Lügt doch nicht. Hm. 4 Sekunden, wollte ich auch sagen. Ich brauche keine Tipps. In weniger als 35. Okay. Äh, Sekunden. Okay. Ey, das Spiel stresst mich. Das ist überhaupt nicht entspannt. Äh. Äh. Schneller geht auch gar nicht, weil ich das erstmal alles anklicken muss. Ich will aufhören. Nein, ein paar Minuten müssen wir das jetzt spielen. Sehr gut. Das ist wie in diesen Mobile Games, wo du immer drei Sterne kriegen kannst und irgendwann bist du vor, wenn du noch einen Stern kriegst. Grün auf grün ist auch total sehfreulich. Äh, sehfreundlich. Ja, ja, total. Hier sehe ich auch so viel. Willst du das denn fehlerfrei machen? Weiß ja nicht mal, wann das sein soll. Ich ver... Oh. Ah, ein Kuchen. Was? Was? Not as easy as you might think. Ich will mal gucken, wo irgendwo irgendwas drankommt. Und was hin? Wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Da. Okay. Wird dich panisch. Wird dich panisch? Was ist ein Kuchen, du Depp? Nein, das weiß. Ich weiß, du das weiß. Du ärgerst mich noch. Mensch, das war aber ganz schön knapp, du. Ab jetzt geht es nur noch bergab. Eine Minute zwanzig. Oh, das muss auch kompliziert sein. Scheiß, die Wand an. Äh. 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 Das legen wir wieder zurück. Ähm. Ja, das war richtig. Das wusste ich. Ich rate. Ich rate. Also, das ist grün. Was ist das für ein scheiß Puzzle? Äh. Äh, nein, wo war das? Nein, jetzt ist das wieder weg. Äh, scheiße. Äh. 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 Da. Das ist voll nicht so einfach. Wenn man nicht mit dem Rand anfangen kann, wie beim Puzzlen, ist der richtig lost. Safe. Ich weiß nicht, ich habe es in einem Drittel der Zeit geschafft, aber ist okay. Okay. Noch sind wir nur Vize oder so. 1,35. Das wird ein Flugzeug, das sehe ich. Erstmal den Rand. Erstmal den Rand. Und. Oh. Äh. Da. Äh. 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 Das ist groß. Große Teile sind gut. Ähm. Können wir da rein? Ja. Äh. 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 Das ist ein Speedrun-Profi. Ich bin etwas verschwitzt, das Spiel stresst mich. 5 Levels in Folge ohne Fehler. Ab. Ah ja, ist okay. Ist auch nicht so teuer. Ich brauche da auch kein Verb. So. Gucken, wie viel ich davon machen kann, bevor ich kotze einfach, ey. Wenn man wenigstens den Anspruch hat, es schnell zu schaffen, macht das Spiel noch einigermaßen Sinn. Ich glaube, sonst ist es echt nur so. Aber für Kinder ist das, glaube ich, ganz süß. Also, glaube ich wirklich. Für Kinder ist das ganz knuffig. Gibt es wieder nur die Creme de la Creme heute zu sehen. Ich habe ja einen Standard, den ich halten muss. Level 2 gab einen guten Clip. Oh nein. Na danke. Ich habe einen Nerven. Ich erkenne ja einfach gar nichts hier. Erst den Rand. Rand, habe ich gesagt. Äh, okay. Und ich anschlitten wird das. Äh, ö. Ah, da. Andere Kufe. Gucken, wann wir unseren Perfect Streak brechen. Einzige, was mich... Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, ich hätte nicht alle drei Schlüssel bekommen. Oh mein Gott. Versagt hätte ich. Neun. Noch sind wir im perfekten Modus. Geht ja gar nichts. Ist ja voll abhängig davon, dass das Spiel... Äh. Ja. Geht es doch kleiner? Äh. Äh. Au. Das Spiel nur so, ja lol. Ich mach dich fertig. Äh, das kann ja fucking überall hinkommen. Verarschen? Das Spiel hasst mich. Wo soll das denn hin? Da. Äh, ey. Wie soll das denn? Ja, das ist groß. Da. Das ist ja richtig mies. Arschkrampe hier. Okay, das gehört zusammen hier, aber das hab ich noch nicht. Irgendwie soll das denn hin? Wo soll der Apropos denn hin? Ich weiß nicht, was das werden soll. Wo kann ich nicht arbeiten? Äh, da? Okay, das war jetzt geraten. Okay. Äh, äh. Das ist bestimmt... Nee, scheiße. Ich hab keine Ahnung. Da. Okay. Bin ich gestresst. Ihr seid gestresst. Äh. Keine Zeit. Keine Zeit. Nein. Nein. Das ist voll nicht einfach. Hör auf. Das ist voll gemein. Ich bin doch schon so schnell ich kann. Nein. 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 Deine Mutter. So. Oh, das war kleiner. Hä, mir kommt das hin. Das muss da hoch. Nein. Das war voll fiet. Der Wunsch da, Texas. Das ist echt so. Tja. Das lief ja nicht so gut. Scheiße. Ich dachte, ich würde das auch länger gut schaffen. Aber das Spiel da so. Ja, übrigens, wir geben dir keine Vorlage. Viel Spaß. Guck mal, hier hast du ja voll viel Vorlage. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Wie das Scheiße. Jetzt habe ich keinen Ehrgeiz mehr. Jetzt ist mein Ehrgeiz komplett lost einfach. Was sind das überhaupt für Farben, ey? Damit kann ich nicht arbeiten. Wir nehmen gleich mehr Zeit für andere Spiele, glaube ich. Das passt nicht. Nichts passt. Irgendwohin. Irgendwohin. Da. Okay, bringt uns einfach gefühlt nix. Ah, jetzt. Wow, wie fies. Bringt das was? Ja, okay. Tickte ich. Geht aber auch nirgendwo rein. Das ist nicht rund genug. Gut, da ist nicht rund genug. Pass auch nicht. Nein, wir haben schon wieder einen Fehler gemacht. Ey, Leute. Das ist ja so einfach, das Spiel. Ich habe basically kein fucking Schimmer, wo die Sachen gerade hinkommen. Das war nochmal das nächste Spiel gleich auf der Liste. Wollen wir gleich nochmal gucken. Ich kann das nirgendwo hinlegen, alles. Passt ja alles nirgendwo hin. Man kann ja auch nicht... Ach so, ja, das weiß man natürlich. Klar. Das kommt da dran. Ja. Das weiß man natürlich. Ey, stram Aktion hier. Was haben wir denn Neues bekommen? Das hier? Das hier? Das hier. Das passt ja. Das passt dann auch wieder irgendwo hin, wo man es nicht weiß. Äh, da dran. Tja. Entschuldigung, mein Fehler. So. Das geht immer noch nirgendwo hin. Ah, geht doch in die Ecke. Okay. Was soll es überhaupt sein? Postbüro? Äh, ich rate jetzt. Das Spiel, du sollst nicht raten, du sollst sehen. Loser. Ja, leider verloren. Wohl doch nicht so gut. Ein bisschen, äh, gestresst. Ja, das, äh... Hm? Wie viele Level hat denn das erste Ding? Wir machen so das erste so fertig. Wie, wie... Wie viel hat das denn? Frage für einen Freund. Äh. Äh. Da. Äh. Kommt der Pimmel denn hin? Da. Da. Ähm. Das kann ich noch nicht wirklich sehen. Ja, wir spielen gleich was anderes. Ich wusste, dass das Grauen voll wird, aber... Bei manchen Sachen weiß ich wirklich nicht, wo man wissen soll, wo man hinkommt. Nicht da hin. Und ich da... Da hin. Äh. Okay. Baumstumpf. 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 Wer ist das Spiel nochmal? Äh, Christmas Patchwork Frozen. Ich würde jetzt gerne sagen, es ist sehr gut, aber dann würde ich lügen. Nein, das ist auch gar nicht scheiße, aber... Alter, schon. Ein bisschen scheiße. Das ist das schon. Ähm. Ähm. Da. Ähm. Ich hab schon Spiele gespielt, die... Die machten auf jeden Fall noch weniger Spaß. Ja. Hab gut geraten. Ich weiß nicht, wo das hin soll. Ja, theoretisch muss ja da irgendwo ein Baum hin, oder? Naja, never mind. Äh. So. Ähm. Okay. Was auch immer. Äh. So. Das passt farblich gar nicht zusammen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ah, da. Das ist aber sehr viele Farben, die ganz komisch nicht zusammenpassen hier eigentlich irgendwie, ne? Dach ja nur. Schnauze, stress mich nicht. Äh. Wie viele Stücke kannst du ein Teil auch haben hier, ey? Ach so. Das ist ein Baumstumpf. I was wrong, I guess. Ja, das war super, das Spiel. Kann ich sehr empfehlen. Für Leute, die sowas gerne machen. Cool, cool, cool. Guck mal, sogar wir haben drei Schlüssel geschafft. Wie wär's denn jetzt, wenn wir... ...aufhören? Guck mal, geh mal ins Menü. Wie, ich verliere meinen Fortschritt. Ich will meinen Fortschritt nicht verli... Ich dachte, ich könnte jetzt gucken, wie weit ich gekommen bin. Er weiß ja was. Levels, genau. Levels gucken, genau. Levels gucken. Warum verliere ich dann auch meinen Fortschritt? Ja, dann ist das jetzt so. Guck mal, das haben wir doch alles geschafft. Ha, wir sind nämlich... Ah ne, jetzt geht er noch weiter mit Schüler. Das ist alles noch Schüler? Guck mal, hier kannst du die vorher sogar angucken. Das haben wir gar nicht gemacht. Ja, es war sehr schön. Fortschritt im Level. Ach so, im Level. Ach so, ja gut dann. Ja, das war doch nice. Aber ich möchte jetzt nicht noch 2, 4, 6, 8, 9 weitere machen. Nur um 4... Ja, ist okay. Ist okay. Wir testen ja auch nur Sachen an. Bei Welt 1. Also man kriegt doch sehr viel für sein Geld tatsächlich. Ne, Welt 1 hat sehr viele Level. Ich glaube irgendwie 20 Level oder so. Ich weiß nicht, ob die anderen auch jeweils 20 Level haben. Für Leute, die das gerne machen. Ich weiß nicht, wie teuer das Spiel war. Lass mich mal gucken. Ähm... Oh, das ist leider weg. Bei den meisten Indie-Games dann leider. Äh, Christmas... ...patch... Es kostet 39 Cent. Das ist okay. Das ist okay. Für 39 Cent hast du kein Recht, dich zu beschweren. Ich wette nur, es wird irgendwann A, schwierig. Und dann musst du da dauernd irgendwie... Größenteils positiv bewertet. Hat auch ganze 14 Bewertungen. Wundert mich nicht. Es ist okay. Für das, was es ist. Es ist okay. Es ist... Weiß nicht, ob ich erwartet habe, ob es noch schlimmer ist. Es ist okay. 39 Cent sind in Ordnung. Also nochmal. Wir machen. Vielen Dank.